Moment, ich muss noch eine Linie erstellen. Von hier nach da. Und bitte! Ja, warum funktioniert das jetzt hier? Oder lag das vielleicht auch hier oben da dran? Ich weiß es ja jetzt nicht. Wir werden mal nächste Folge gucken, also dass wir den Bahnhof hier ausbauen und keine Ahnung, ob wir hier irgendwas miteinander verbinden und Güter, irgendwas, dass wir halt von hier zum Beispiel Öl, was da oben produziert wird, von hier aus nach hier oben gebracht wird. Und was dort verarbeitet wird, dahin, dass dann nach Walzbrühe... Was steht da? Walzbrühe. Das ist ja sehr interessant. Okay, dass er hier irgendwo geklappt hat, würde ich es jetzt wiederfinden. Ja, wie gesagt, den lassen wir da stehen. Jetzt brauchen wir als allererstes ganz, ganz viele Fahrzeuge. Sagen wir mal so zehn. Ach, fuck. Ja. Nein. Zehn. Das ist ja billig. Sehr interessant, wie die da alle reinpassen. Nein, das lassen wir hier stehen. Ach, Lübeck. Moment mal, dann können wir die ja hier miteinander verbinden und einmal nach da. Obwohl, nee, wir brauchen ja das hier nur. Gut, das passt ja dann. Äh, da unten ist das jetzt. Ja, perfekt. Ja, Leute, das war's dann erstmal. Wie immer, speichern nicht vergessen. Jetzt hat's tödliche Folgen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao. Ciao. Ciao.